So, sehr schön. Wir wollen ein bisschen was für die Ausdauer tun, weil jetzt haben wir schon Kraft, ein bisschen Beweglichkeit, haben wir alles schon gemacht. Das heißt, wir marschieren. Einmal hier am Platz. Und die Arme nimmst du direkt mit, dass der ganze Körper in Bewegung kommt. Marschieren. Gerne die Knie ein bisschen höher ziehen und die Arme wirklich kräftig mitnehmen. Jawohl, sehr gut. Und wir atmen. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Noch mal tief ein. Aus. Einmal noch. Tief ein und aus. Jawohl. Weiter in Bewegung. Sehr schön. Auf vier und drei. Beziehen die Knie höher. Hoch, hoch, hoch. Jawohl. Einfach mal vor dem Körper. Arme gehen mit. Vorne. Schön ranziehen. Achte auf deine Haltung, dass der Körper aufrecht ist. Arme gehen etwas höher hier. Also halt die Oberarme schön hier auf. Schulterhöhe. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Bleib in Bewegung. Arme öffnen. Nach außen. Jawohl. Und Arme nach oben. Strecken. Richtig schön hoch. Jawohl. Immer noch die Knie hochziehen. Komm. Vier noch. Drei. Lassen die Arme einmal oben. Beine gehen weiter. Und im Wechsel. Hand und Knie. Berühren sich. Jawohl. Rücken richtig schön gerade halten. Aufrecht bleiben. Jawohl. Mach das noch. Vier. Drei. Zweimal eine Seite. Ran. Wechseln. Mach zwei. Jawohl. Noch einmal. Zwei. Hopp. Vier. Zwei. Und ran. Und der andere Arm ist schön gestreckt hier oben. Jawohl. So, und wir gehen mal in den Vierer-Rhythmus. Viermal eine Seite. Und wechseln. Vier. Drei. Und wechseln. Vier. Drei. Wechseln. Vier. Drei. Wechseln. Vier. Und wechseln. Yes. Und auf eins. Beide Arme ziehen. Noch vier. Drei. Und wir marschieren. Jawohl. Bleib in Bewegung. Schön die Arme mitnehmen. Und die Knie so ein bisschen höher. Jawohl. Vier noch. Drei. Mach einen Schritt zur Seite. So. Hopp. Jawohl. Hopp. Hin und her. Schritt. Und Schritt. Gerne ein bisschen größer. Wenn du Platz hast. Wenn du dich sicher fühlst. Ja. Arme ziehen mit. Seite. Hopp. Hopp. Jawohl. Schön zur Seite. Nicht zu hoch. Schau mal, dass du die Arme stoppst. Auf Schulterhöhe. Zeit. Jawohl. Noch vier. Und drei. Arme nach vorne. Strecken und ranziehen. Jawohl. Sehr gut. Butterfly. Auf und ran. Hier. Schön auf Schulterhöhe. Jawohl. Jawohl. Hopp. Hopp. Schön groß der Schritt. Komm. Drei. Zwei. Nach oben. Arme hoch. Und ziehen. Schön nach oben strecken. Jawohl. Hoch. Hoch. Noch vier. Drei. Arm im Wechsel nach oben. Rechts, links. Immer da. Immer da, wo du hingehst. Hoch. Hoch. Und Butterfly mit einem Arm. Öffnen. Ja. Jawohl. Ein Arm weit. Erste Bewegung. Ja. Vier. Drei. Und die Arme lassen wir einmal raus. Aus. Schritt geht weiter. Noch vier. Drei. Zweimal nach rechts. Zwei Schritte rechts. Und zurück. Nochmal. Schöne große Schritte, wenn du Platz hast. Hab. Ja. Nochmal. Wir bleiben in dem Rhythmus. Kick nach vorne. Kick. Vor. Und Seitschritt. Vor. Seid. Vor. Jawohl. Arme. Ziehen. Ziehen. Hab. Kick. Und Arme ziehen. Schönen. Jawohl. Nochmal. Komm. Bleib in Bewegung. Gut. Arme gehen hoch. Und Kick seit. Hier. Yep. Arme schön hoch. Jawohl. Nochmal. Komm. Hoch. Schön mit Armen. Zwei noch. Nochmal. Nochmal den Double. Schritt. Zwei. Ohne Kick. Hopp. Wir kreuzen. Nach hinten. Und ran. Hinten kreuzen. Seit, Rück, Seit, Ran. Probieren. Hopp. Jawohl. Immer am Ende ran. Tipp. Arme mitnehmen. Vor und ran. Vor und ran. Vor und ran. Vor und ran. Komm. Jawohl. Jawohl. Vor und ran. Hopp. Sehr gut. So. Und am Ende ziehen wir hier einmal das Bein hoch. Bisschen wie so ein Kick nach hinten, ne? Leck. Ferse zum Popo. Hopp. Hopp. Jawohl. Bisschen. Bisschen noch. Komm. Ferse zum Popo. Yep. So. Wir bleiben am Platz. Nur hier. Ferse zum Popo. Arme ziehen weiter. Schön lecker. Komm. Zieh die Arme. Kräftig. Jawohl. Auf. Vier. Drei. Und wieder zweimal. Eine Seite. Ein Arm zieht. Ziehen. Ja. Nochmal. Ferse zum Popo. Hopp. Ja. Ja. Nochmal. Und eine Runde noch. Auf. Zwei. Mach auf. Zwei. Mach auf. Vier. Vier. Drei. Zwei. Wechseln. Vier. Drei. Wechseln. Vier. Und wechseln. Vier. Vier. Nochmal auf. Vier. Komm. Lange Arm. Wechseln. Schön ziehen. Und wir gehen wieder auf. Zwei. Wechseln. Yep. Und Ferse zum Popo. Und wir schwingen locker aus. Jawohl. Arme locker seit. Gut. Bisschen in die Knie gehen. Noch ein bisschen mehr. Arme im Wechsel vorne. Beide Arme. Vor. Vor. Hoch. Bisschen seitlich den Rumpf mitnehmen. Hier. Hoch. 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 Sehr gut. Jawohl. Arme sind raus. Ferse zum Popo. Gehen nochmal schön ran. Bisschen was für die Koordination. Komm. Arme sind seit. Hinten. Hand und Ferse. Diagonal. Komm. Hand und Ferse. Ab. Vier. Drei. Vor. Hand und Knie. Diagonal. Beine schön wieder außen. Vier. Drei. Hinten. Vier. Drei. Vorne. Vier. Jawohl. Hinten. Vier. Vorne. Nochmal die Vier. Sehr gut. Hinten. Nur zwei. Vorne. Und rück. Vorne. Nochmal. Ja. Letzte Runde. So. Wir bleiben bei dieser Bewegung vorne. Und du ziehst die Arme. Schön über Kopf. Ja. Sehr gut. Vier. Drei. Und nochmal ausschwingen. Locker. Sehr gut. Jetzt. Bisschen in die Knie gehen. Schau, dass du ein bisschen Platz wieder zur Seite hast. Vier. Drei. Kleines Chassé. Einmal rum. Hopp. Kleiner Hüpfer. Lass die Arme locker mitschwingen. Huh. Jawohl. Sehr schön. Hopp. Kleiner Hüpfer. Hopp. Wenn du nicht springen, nicht hüpfen möchtest, mach einfach den Ansatzschritt. Wie wir das vorhin hatten. Das geht genauso. Hopp. Sehr schön. Ein bisschen noch. Vier. Drei. Zwei. Und wir marschieren. Komm einmal zurück zum Platz. Sehr schön. Beatmen. Aus. Tief ein. Aus. Tief ein. Aus. Einmal noch. Huh. Gehen. Auf. Vier. Drei. Wir tippen vorne. Rechts und links. Locker. Erstmal die Fußspitze. Dann wechsel hier zur Ferse. Dass du so ein bisschen tiefer gehen musst. Arme. Schön mitziehen. Rücken ist lang. Hopp. Hopp. Lass schön die Schultern hinten. Auch wenn der Rücken hier ein bisschen nach vorne geht. Nicht rund werden. Aufpassen. Wir tippen nach hinten. Lange Arme. Lange Beine. Jawohl. Schöne große Bewegung. Sehr gut. Vier. Drei. Vorne. Ferse. Vier. Drei. Nach hinten. Vier. Drei. Vorne. Vier. Drei. Und rück. Und rück. Gut. Vorne die zwei. Und rück. Vorne. Und rück. Noch mal. Ja. Letzte Runde. So. Wir bleiben hinten. Arme sind raus. Schöne große Bewegung. Rücken ist vorne. Halt den Rücken. Schön stabil. Arme. Butterfly. Außen öffnen. Und die Knie sind schön gebeugt. Aber nach hinten lang. Vier. Drei. Trizeps. Schön nach hinten. Vier. Drei. Und noch mal langer Arm. Ja. Komm. Sehr schön. Auf acht. Sieben. Vier. Vier. Drei. Arme sind raus. Schritt geht weiter. Vier. Drei. Nur ein Bein. Zieh zurück. Arme gehen mit. Vier. Drei. Wechsel das Bein. Komm. Arme schön ziehen. Vier. Drei. Wechseln. Komm. Ziehen. Jawohl. Vier. Drei. Wechseln. Auf vier. Drei. Wechseln. Auf vier. Drei. Wechseln. Vier. Drei. Nochmal auf vier. Vier. Drei. Wechseln. Vier. Gut. Jetzt kommen die zwei. Wechseln. Komm. Auf zwei. Und nochmal auf eins. Geht tiefer. Schön in die Knie. Yes. Tipp seitlich. Immer wieder schließen die Füße. Rücken ist gerade vorne. Halt dich gerade. Halt. Jawohl. Vier. Drei. Unser Schritt. Step touch. Ganz tief. Auf rechte Haltung. Und nochmal tief halten. Hinten vor. Oben. Ja. Gut. Tief halten. Jawohl. Oben. Vier. Drei. Nochmal tief. Yes. Oben. Ups. Gut. Auf zwei. Unten. Und oben. Unten. Oben. Nochmal. Yes. Letzter. Und marschieren. Und marschieren. Komm zum Platz. Bleib in Bewegung. Beatmen. Tief ein. Nochmal. Zweimal noch. Tief ein. Und aus. Einer mehr. So. Es bleibt in Bewegung. Ein bisschen haben wir noch. Komm. Vier. Drei. Locker Kick. Nach vorne. Rechts, links. Ganz locker. Arme können so ein bisschen diagonal mitgehen. Und du kannst so in der Bewegung bleiben. Oder wenn du ein bisschen mehr machen möchtest. Kleine High Impact. Ja. Ohne springen. Vier. Drei. Wenn du möchtest. Sonst gerne tief bleiben. Ne? Unten. Vier. Drei. Wenn du möchtest. Gut. Nochmal. Unten. Wenn du möchtest. Ja. Unten. Sehr schön. Und wenn du möchtest. So. Bleib mal am Platz. Ganz kleine Hüpfer. Das reicht, wenn die Fersen so ein bisschen hochkommen. Jawohl. Einmal. Knie. Hüfte. Drehen. Vier. Drei. Kick. Nach vorne. Wenn du möchtest. Springen. Am Platz. Hüpfer. Mitdrehen. Jawohl. Kick. Nach vorne. Mit Hüpfer. Mit Hüpfer. Am Platz. Mit Hüfte. Eine Runde noch. Kick vor. Jawohl. Hüpfer. Yes. Am Platz. Sehr schön. Mit Hüfte. Und marschieren. Und marschieren. Sehr gut. Bleib in Bewegung. Schön weitergehen. Mein Mikro will gerade nicht mehr so halten. So. A vier. Drei. Wir tippen nochmal vorne. Fußspitze. Hatten wir schon. Da machen wir aber was anderes raus. Seitlich. Tipp. Jawohl. Das kannst du entweder so machen. Oder auch hier. Kleiner Sprung. Kick seit. Vier. Drei. Ohne springen. Und wenn du willst. Vier. Drei. Ohne springen. Ist dieselbe Bewegung. Mitspringen. Nochmal ohne. Jawohl. Und mit. Nochmal am Platz. Kleiner Hüpfer. Und wenn du möchtest. Kleine Jumping Jacks. Schön ab. Ja. Vier. Und drei. Kick seit. Oder tap seit. Mit Sprung. Am Platz. Jumping Jacks. Vier. Drei. Kick seit. Oder tap. Mit springen. Ja. Am Platz. Sehr schön. Jumping Jacks. Und marschieren. Ah. Puh. Sehr gut. Schön in Bewegung bleiben. Nochmal schön. Nochmal schön die Knie hoch. Jawohl. So. Wir bleiben im Marsch. Wir machen nur das Tempo schneller. So. Komm. Hopp. Hopp. Schnelle Füße. Schnelle Beine will ich sehen. Jawohl. Vier. Drei. Außen. Klein und schnell. Komm. 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 Jawohl. Nochmal schließen. Außen. Nochmal schließen. Mach dich kleiner. Füße gehen trotzdem noch hoch. Jawohl. Jawohl. Außen. Bleib klein. Das heißt nicht rund. Schließen. Und marschieren. Ah. Sehr schön. In Bewegung. Einen habe ich noch für euch. Wir probieren. Vier. Drei. Kick nach vorne. Nochmal ganz normal. Hatten wir schon. Könnt ihr. Kick seit. Hatten wir auch. Könnt ihr. Ja. So. Kick nach hinten. Da muss der Rücken ein bisschen vor. Komm erst mal in den Rhythmus. Ja. So. Und wenn man das jetzt im High-In-Pack macht. Bisschen mit springen. Rücken. 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 Jawohl. Arme. Komm. Rücken. 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 Sehr schön. Und marschieren. Sehr gut. Bleib in Bewegung. Kleiner. Kleiner Step-Touch. Kleiner Schritt. Jawohl. Vier. Drei. Das bleibt dieser Schritt. Und der geht nur ein bisschen vor und rück. Rechts vor. Links rück. Ist der selbe Schritt wie seitlich. Ich drehe mich nochmal seitlich. Dann seht ihr es. Vorne. Hinten. Ne? Selber Schritt. Gut. Jawohl. Zieh das Knie hoch. Hoch. Jawohl. So. Jetzt stellen wir vorne die Ferse auf. Knie hoch und Ferse. Nochmal. Hoch. Ferse. Jawohl. So. Halb die Position. Schönes gestrecktes Bein vorne. Zieh die Fußspitze hoch. Leichter Stretch. Langer Rücken. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Noch vier. Drei. Zwei. So. Verlagern nach vorne. Und schön die Wade. Leichter Stretch für die Wade. Hoch. Zieh. Schön nach hinten runter drücken. Jawohl. Vier. Drei. So. Wir marschieren. Wir starten mit dem kleinen Schritt. Jetzt aber zur anderen Seite. Nach links. Oder wenn du gerade links hattest, dann jetzt rechts. Also andere Seite. Ja. Es bleibt der Schritt. Der geht nur etwas vor und rück. Guck, dass du jetzt auf dem anderen Wein bist. Zieh mir hinten das Kno. Hoch. Jawohl. Sehr schön. Und vorne die Ferse. Hoch und Ferse. Hopp. Jawohl. Sehr schön. Nochmal. Hoch und Ferse. Vier. Drei. Bleib in der Dehnung. Tief. Hoch. Tief. Schönes gestrecktes Bein. Lange Rücken. Jawohl. Zieh die Fußspitze richtig schön ran. Tief. Hoch. Sehr gut. Noch vier. Drei. Zwei. Und verlagern. Und verlagern nach vorne. Hoch. Hoch. Tief. Hinten. Na schön. Die Bade ein bisschen ausspätschen. Drück die Ferse in den Boden. Ja. Und tief. Hoch. Und tief. Jawohl. Komm. Hoch. Tief. Zwei mehr. Sehr schön. Letzter. Und nochmal locker ins Marschieren. Kleine Bewegung. Einfach um so ein bisschen hier den Puls langsam wieder abzusenken. Beatmest tief ein. Aus. Tief ein. Hältst die Arme auf Schultern. Hüttst sie nochmal schön nach außen. Ruhig noch so ein bisschen mit den Beinen in Bewegung. Zieh die Fingerspitzen mit nach hinten. Sehr schön. Greif mal hinten die Hände. Zieh da nochmal ein bisschen nach. Kleine Bewegung. Einmal nach vorne. Jawohl. Kleiner Schritt. Seid wirklich ganz locker. Und die Arme kannst du locker so ein bisschen mitnehmen. Bisschen größer. Ja. Ganz lockerer, ganz entspannter Schritt. Arme werden wieder kleiner. Schultern. Jawohl. Beine einmal ein bisschen öffnen. Und zieh dich nach vorne. Und aufrollen. Nach vorne. Und auf. Und nochmal so ein bisschen den Rücken durchbewegen. Merkt man nämlich, dass die Rumpfmuskeln natürlich auch mitgemacht haben. Einmal noch. Roll dich auf. Einmal noch hochstrecken. Und lösen. Und das habt ihr super gemacht. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch ist ein bisschen warm geworden. Ich schwitze wieder. Unglaublich. Ich schwitze wieder. Dann geht's. Ich schwitze wieder. Ich schwitze wieder. Ich schwitze wieder. Ich schwitze wieder.